Florian Silbereisen und Beatrice Egli haben ihre Fans gestern in Aufruhr versetzt, als sie plötzlich eine Reihe wunderschöner Hochzeitsfotos auf ihren sozialen Medien teilten. Die Bilder zeigten die beiden in eleganter Hochzeitskleidung, Beatrice strahlte in einem atemberaubenden weißen Kleid mit Spitzenapplikationen, während Florian in einem klassischen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und Fliege neben ihr stand. Die Kulisse war ein romantisches Schloss umgeben von blühenden Gärten und einem strahlend blauen Himmel. Die Fans waren außer sich vor Freude und konnten kaum glauben, dass das Traumpaar der deutschen Schlagerszene heimlich den Bund fürs Leben geschlossen hatte. Die sozialen Medien explodierten förmlich. Unter den Fotos sammelten sich innerhalb von Minuten Tausende von Kommentaren und Glückwünschen. Herzlichen Glückwunsch! Ihr seid das perfekte Paar, schrieb ein begeisterter Fun. Ein anderer kommentierte, endlich habt ihr euch getraut. Ich wünsche euch alles Glück der Welt. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer und auch die Medien griffen die Story sofort auf. Schlagzeilen wie Florian und Beatrice, heimliche Hochzeit im Schloss, und das Schlagerpaar hat ja gesagt. Dominierten die Nachrichtenportale. Die Bilder wirkten perfekt inszeniert und zeigten intime Momente des Paares, wie sie sich liebevoll in die Augen sahen, den ersten Kuss als vermeintlich frisch verheiratetes Paar teilten und Hand in Hand durch die malerischen Gärten schlenderten. Es schien, als hätten Florian und Beatrice den romantischsten Tag ihres Lebens mit der Welt geteilt. Doch während die Fans vor Begeisterung kaum an sich halten konnten und die Medien bereits über die Details der vermeintlichen Hochzeit spekulierten, begann sich hinter den Kulissen eine ganz andere Geschichte zu entfalten. Am Abend, nachdem die Fotos veröffentlicht wurden, gaben Florian und Beatrice eine überraschend leife Übertragung auf Instagram. Beide wirkten sichtlich bewegt, aber auch ernst. Wir möchten uns bei euch allen für die unglaubliche Resonanz auf unsere Fotos bedanken, begann Beatrice mit einem sanften Lächeln. Florian nickte zustimmend und fügte hinzu, es ist überwältigend zu sehen, wie sehr ihr euch mit uns freut. Die Spannung war förmlich greifbar, als die beiden sich einen kurzen Blick zu warfen. Beatrice atmete tief durch und sagte dann, aber es gibt etwas, das wir klarstellen müssen. Florian nahm ihre Hand und ergänzte, die Fotos, die wir heute geteilt haben, sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Ein Raunen ging durch die Reihen der Zuschauer, die die leife Übertragung verfolgten. Was sollte das bedeuten? Hatten sie nicht geheiratet? Beatrice erklärte, die Bilder stammen von einem Musikvideodreh, den wir für unser gemeinsames neues Projekt gemacht haben. Wir wollten eine besondere Geschichte erzählen und haben uns für dieses romantische Setting entschieden. Florian nickte und fügte hinzu, es tut uns leid, wenn wir bei euch den Eindruck erweckt haben, dass wir geheiratet haben. Das war nicht unsere Absicht. Die Enttäuschung unter den Fans war spürbar. Viele hatten fest daran geglaubt, dass ihr Traumpaar endlich den nächsten Schritt gegangen war. In den Kommentaren unter der leife Übertragung häuften sich Fragen und auch einige Vorwürfe. Warum habt ihr uns das angetan? schrieb ein Nutzer. Ein anderer fügte hinzu, das ist wirklich enttäuschend. Wir haben uns so für euch gefreut. Beatrice schien die Reaktionen zu spüren und versuchte zu erklären, wir wollten euch nicht täuschen. Das Musikvideo liegt uns sehr am Herzen und die Bilder sind ein wichtiger Teil der Geschichte, die wir erzählen möchten. Florian ergänzte, wir verstehen, dass das Missverständnisse hervorgerufen hat und dafür möchten wir uns entschuldigen. Doch damit war die Überraschung des Abends noch nicht vorbei. Nach einer kurzen Pause sahen sich Florian und Beatrice erneut tief in die Augen. Aber es gibt noch etwas, das wir mit euch teilen möchten, sagte Florian mit ernster Stimme. Die Fans hielten den Atem an. In den letzten Monaten haben Beatrice und ich viel Zeit miteinander verbracht und an diesem Projekt gearbeitet, begann Florian. Dabei haben wir festgestellt, dass wir nicht nur beruflich, sondern auch privat eine besondere Verbindung haben. Beatrice lächelte sanft und fügte hinzu, wir haben uns entschieden, es langsam angehen zu lassen und herauszufinden, wohin uns dieser wegführt. Die Fans waren erneut verwirrt. Hatten sie nun doch Gefühle füreinander? War da mehr als nur Freundschaft und berufliche Zusammenarbeit? Florian fuhr fort, die Zusammenarbeit an unserem neuen Album hat uns näher gebracht, und wir möchten ehrlich zu euch sein. Ja, wir haben Gefühle füreinander entwickelt, aber wir möchten nichts überstürzen. Beatrice nickte zustimmend, wir hoffen, dass ihr unseren Wunsch nach Privatsperre in dieser Angelegenheit respektiert. Die Kommentare unter dem Live-Video waren nun eine Mischung aus Überraschung, Unterstützung und weiterhin einigen enttäuschten Reaktionen. Wir stehen hinter euch, egal was passiert, schrieb ein Fun. Ein anderer kommentierte, Hauptsache, ihr seid glücklich. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Doch die eigentliche Überraschung sollte erst noch kommen. Nachdem die beiden sich bei ihren Fans bedankt hatten und das live Video bänden wollten, hielt Florian noch einmal inne. Bevor wir uns verabschieden, gibt es noch etwas Wichtiges zu sagen, sagte er ernst. Beatrice schaute ihn überrascht an. Florian, was meinst du, fragte sie verwirrt. Florian atmete tief durch und sah direkt in die Kamera. Es gibt Gerüchte und Spekulationen über unsere Vergangenheit, die wir heute klarstellen möchten. Beatrice und ich kennen uns schon viel länger, als viele denken, und es gab eine Zeit, in der wir tatsächlich ein Paar waren. Die Fans waren geschockt. Niemand hatte davon gewusst. Beatrice schien ebenfalls überrascht von dieser Offenbarung. Florian, bist du sicher, dass wir das jetzt teilen sollten? fragte sie leise. Florian nickte entschlossen. Ja, ich denke, es ist an der Zeit, ehrlich zu sein. Wir waren vor einigen Jahren zusammen, haben uns aber entschieden, getrennte Wege zu gehen und uns auf unsere Karrieren zu konzentrieren. Die Gefühle von damals sind nie ganz verschwunden. Beatrice senkte den Blick. Es stimmt, bestätigte sie leise. Wir haben viel durchgemacht und dachten, es wäre besser, uns auf unsere Musik zu konzentrieren. Aber vielleicht war das ein Fehler. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt. Die Fans waren überwältigt von dieser neuen Information. Einige fühlten sich betrogen, andere zeigten Verständnis. Warum habt ihr das verheimlicht? fragte ein Nutzer. Ein anderer schrieb, jeder verdient eine zweite Chance. Wenn ihr glücklich seid, sind wir es auch. Florian nahm Beatrice Hand und sah sie liebevoll an. Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt für uns, es noch einmal zu versuchen, sagte er sanft. Beatrice lächelte zögerlich. Vielleicht ist es das, antwortete sie. Die leife Übertragung endete, und die beiden verabschiedeten sich mit einem gemeinsamen Danke für eure Unterstützung. Die Medien stürzten sich sofort auf diese neue Entwicklung. Geheime Liebesgeschichte enthüllt Florian und Beatrice, ein zweiter Anlauf in der Liebe, lauteten die Schlagzeilen am nächsten Morgen. Während die Fans die Neuigkeiten verarbeiteten, blieb unklar, was als nächstes passieren würde. Hatten Florian und Beatrice wirklich vor, ihrer Liebe eine zweite Chance zu geben? Oder war dies alles Teil einer geschickten Strategie, und ihr neues Album zu promoten? Die Meinungen waren geteilt. Einige Fans fühlten sich manipuliert und waren enttäuscht, dass die vermeintliche Hochzeit nur Teil eines Musikvideos war. Andere hingegen freuten sich über die Ehrlichkeit der beiden und hofften auf ein Happy End. In den folgenden Tagen zogen sich Florian und Beatrice aus der Öffentlichkeit zurück. Sie gaben keine weiteren Startmanns ab und ließen die Gerüchte unkommentiert. Die Spannung stieg, und die Fans warteten sehnsüchtig auf neue Informationen. Schließlich, eine Woche später, veröffentlichten sie gemeinsam ein Startment auf ihren Soja-Elmedia-Kanälen. Wir möchten uns bei euch allen für eure Geduld und Unterstützung bedanken. Die letzten Tage waren intensiv für uns, und wir haben die Zeit genutzt, und über alles nachzudenken. Wir haben entschieden, dass wir uns auf unsere Freundschaft und unsere gemeinsame Musik konzentrieren möchten. Die Vergangenheit bleibt ein wichtiger Teil von uns, aber wir glauben, dass unsere Zukunft in der Musik liegt. Die Reaktionen waren gemischt. Einige Fans waren enttäuscht, andere zeigten Verständnis. Am Ende blieb eine Frage offen, war das alles nur ein gut inszenierter Schachzug und Aufmerksamkeit für ihr neues Album zu generieren? Oder hatten Florian und Beatrice wirklich mit ihren Gefühlen gerungen und sich schließlich für die Freundschaft entschieden? Die Wahrheit kennen wohl nur die beiden selbst. Fest steht jedoch, dass sie es geschafft haben, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und die Fans in ihren Bann zu ziehen. Ob als Paar oder als musikalisches Duo Florian Silbereisen und Beatrice Egli bleiben ein fester Bestandteil der deutschen Schlagerszene. Die Fans hoffen weiterhin auf ein Happy End, und vielleicht hält die Zukunft jedoch noch die eine oder andere Überraschung bereit.